Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 Norgeholm 2.3 glaube ich, ne? Ne, 3.3. 3.3, ja. 3.3, mit Reddy und Freezy. Hallo. 3.3. 3.3, ja. Wir haben da noch einmal geupdated, ne, wir wurden da falsche Informationen gegeben. Genau, erzähl mal, wir haben nochmal geupdated. Ja, gut, lass uns mal ohne bashing, wir haben nochmal geupdated, ne, wir dachten ja nur die 3.1 ist richtig, beziehungsweise wurde mir das mitgeteilt. Was, ohne bashing? Ja, na, mir wurde gesagt, von einer Person, die ich jetzt nicht sage, 3.1 ist aktuell und dann hieß es nach der Aufnahme, ey, 3.3 ist aktuell. Ach so. Und deswegen haben wir nochmal geupdated und, äh, ich hab dir die Lüste geschickt, was jetzt der 3.3 neu ist, da wurde auf jeden Fall einiges gefixt, äh, ein bisschen was hinzugefügt oder abgeändert. Ja, und deswegen sind wir jetzt auf der 3.3, das ist die Kurzfassung. Ja. 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 Auch soviel hat sich meines Erachtens noch gar nicht gerne als wunderbar neue Dinge registrieren, bin was ausgetauscht, was nicht ging, soll jetzt funktionieren, sowas halt. Das ist wohl wahr, ja. Ja, ja, ja. Bin ich ja mal gespannt, ob das dann auch funktioniert. Äh, wo muss ich denn hin? Und ist Bill neblig. Ist ja etwas neblig bei dir heute. Ja, bei dir auch. Das stimmt. Ich meine, das ist der Kader. Treibstift wird hier nicht angemeldet. So, wir müssen mal schauen, äh, dass wir jetzt, äh, das Steinkohlebergwerk, das wollten man nämlich, äh, zum Laufen bringen, dass wir das noch hinbringen, weil, ähm, dazu braucht man ja den Biodiesel. So, Biodiesel ging ja aktuell noch nicht so wirklich. Und, ähm, was wollten, äh, wir müssen mal schauen, über was wir, es gibt ja die Bio-Raffinerie, die Düngerfabrik, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube, wir wollten einfach die Bio-Raffinerie in Gang bringen. Hm. Aber da war das letzte Mal das Problem, dass eben, äh, nicht beschriftet war, ne? Da sollte Raps rein, kann das sein? Ja. Weiß ich mehr genau. Das wird dir immer noch nicht angenommen. Gut, dann verstehe ich's nicht, aber egal, dankmal so. Was wird nicht angenommen? Ne, er steht halt immer noch da, Treibstoff wird hier nicht angenommen. Bei normalen, diese? Ja, bei den roten Fässern, hm. Was ich drin hab, ist ja normales Benzin, äh, äh, hm. Steht aber immer noch der gleiche Drücker-Punkt, da wird hier nicht angenommen. Ich verstehe es auch nicht. Sind aber auch alles drauf, also Multifrucht ist drauf, passt alles. Hm. Darum verstehe ich's nicht. Gut, und Benzin ist okay, die Multifrucht. Deswegen... Na, bleibt sei dem Dank. Danken wir halt, wenn da ist. Hat sich auch nicht geändert. Schade. Hm. So, ach so, wir waren ja auch noch am Vorspülen, dass wir hier amten. Alle Felder sind ab hier amten. Kann eigentlich ein Mist-Trigger sein hier. Ah. Auch ja, unser Dirt. Verdammt du. Wie warst du unterwegs? Wie war der Abend? Ähm, äh, gestern? Ja. Hä? Naja, ich war ja nur bei dem Nachbar. Oh. Ich war bei dem Nachbar und, äh, dort haben wir, äh, gebraten oder gegrillt. Und, ähm, ja. Überleg eigentlich, ich wollte mal ein größeres Fass holen. Naja, egal. Irgendwie, ich versteh's nicht. Aber okay, gut. Was denn? Näh, die Felder sehen mir zu sauber aus. Sicher, dass ich das nicht beim letzten Mal angesehen hab? Ich meine, durch das Ding jetzt, da steht da, ne, ne, neuer Sprecherstand muss nicht angefangen werden, wenn 3-1 vorhanden ist. 3-1 war vorhanden. Äh, deswegen, aber man sieht das eher so aus, als wären die ganzen Felder hier im Allgemeinen clear. Oder haben wir die beim letzten Mal gar nicht mehr angefasst? Die sind doch clear. Die sind gegrobert und das war's. Hm. Haben wir die beim letzten Mal überhaupt nicht angefasst? Auch wenn ich mich daran erinnern könnte. Auf jeden Fall steht da ein Drescher. Aber egal. Neue Ansehen färtsch. Geh, ne Zeit verlieren, du denkst ja jetzt grad, ne? Ja. Gut, also mach mal Raps, dass wir Biotitel produzieren können, dass wir das Steinkohle-Gedöns da anhauen können. Aber jetzt, wo du sagst, Raps eigentlich schon angesät, jetzt, ja. Versteh ich's aber nicht. Die Fetterteilen müssen ja eigentlich übernommen werden. Äh, ne. Wir speichern haben wir aber auch, oder? Ich muss selbst dann speichern das auch alle 15 Minuten. Wir kriegen den einfach nicht mehr ausgeleert hier, ne? Den blauen Tank. Äh, ne. Der will an den roten Ding einfach nicht. Der war nicht. Auch jetzt nicht? Hm. Stell mal da, Treibstoff wird hier nicht angenommen. Und beim Bioöl kann ich's ja nicht reinhauen, weil ist ja Bioöl. Ne Biotitel in dem Falle. Ne Unklar. Hm. Wenn ihr's wisst, an was es liegt, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Seh nicht, naja. Weil, wie gesagt, Multifrucht ist drin und selbst wenn's nicht, ne, also ist drin und selbst dann hat's ja nichts mit Multifrucht zu tun. Hm. Dann müssen wir einen neuen Tank kaufen. Hm. Joa, mehr Kohle. Hm. Dann müssen wir mal das Problem bestellen. Hm. Hm. Was nehmen wir für ne Farbe? Für ne Rot? Joa, hell auf jeden Fall öff. Nimm hellgrau. Hellgrau. Ja, passt zu so nem Fass. Hm. Aber nicht zu dunkel, sonst wirkt zu dieb. Und es wirkt zu dieb. Was heißt jetzt, jelle? Äh, rot. Oh, rot. Ja, gut. Feld auf. Können wir auch die ganze Reife. So, ansonsten, was gibt's Neues? Erzähl mal. Ach, du Heimatland. Ich glaube, das hast du noch nicht gesehen. Das Video kam vor zwei Tagen, wenn wir's die Zuschauer sehen, raus. Das neue, das Gamescom-Video von Hand of Blood. Ah, okay. Oh, jetzt hab ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Ja, ging's halt darum, dass er damals einen Bericht hat, wie er's fand, so, so alles halt hin und her. Ne, dass er schon ein paar Masken gekauft hat, dass er unerkannt hin und her laufen kann. Ähm, alles halt das, das, das übliche, sentimentale Geräte. Ähm, am Ende war aber allerdings was interessant, und zwar so der Faktor halt ne Zuschauer, also Community treffen und Zeit nehmen, bla bla bla. Ähm, der genaue Kontext war im Endeffekt, dass er der Meinung ist, beziehungsweise er hat gesagt, er ist halt auf der Gamescom, um auch dort zu arbeiten, ne, für dieses Freaks4U, was sie da haben und alles. Und natürlich will er sich auch Zeit für seine Community nehmen, äh, äh, so viel es geht, aber, ähm, er will dort natürlich auch Bühnenperformance machen und dort sich halt entfalten und halt dort arbeiten. Und an dieser Branche, in der wir ja an sich arbeiten oder halt alle mit drin sind, die weiter fortzubringen. Und da hat er dann Gronkh mit ins Spiel gebracht, ähm, beziehungsweise, er kritisiert ist jetzt vielleicht dort der falsche Ausdruck. Man liest es nicht so genau und hat halt Gronkh sein Video, was er halt gemacht hat, so... Diesen Vlog nach dem Abo-Treffen, ne? Ja, ja, genau, ähm, halt so gesagt, naja, man kann daraus jetzt ne große Show machen, oder man sagt halt einfach, so frei nach dem Motto, die Gamescom ist für die Spiele da, und nicht für die Spieler, so frei nach dem Motto. Äh, also, ne, also, ne, mehr, also, die Spiele sind eigentlich da mehr der Fokus und nicht halt die YouTuber, und er sollte eigentlich nicht so ein YouTube-Fan treffen werden, sondern es geht ja eigentlich um die Spiele. Ist jetzt kein Zitat, ne, liebe, liebe Zuschauer, ne, das ist aber so ungefähr, er hat auf jeden Fall, wenn man es kritisieren nennt, so das Video da von Gronkh kritisiert, so etwas. Aber hat auch gesagt, jeden sei eine Sache, und jeder soll es halt machen, wie er will, aber er ist halt der Meinung, er sei dort, um auch zu arbeiten, beziehungsweise zu arbeiten, und das steht halt genau so viel im Gewicht, wie wenn er mal Zeit hat, oder wenn er halt Zeit hat, sich da um die Community zu kümmern. So, jetzt mal ganz gut gesagt. Okay. Du musst es dir aber vielleicht selber angucken, da selber, ne? Du weißt ja, das ist ja immer so eine Sache. Ja, ja. Wenn ich ganz ehrlich eins zu eins wiedergeben. Deswegen, ja. Ja, das fällt dir generell sehr schwer. Ja, das nicht. Das Problem ist immer nur, ich sag's dir so, wie ich es auffasse. Ja. Ey, what? Ist doch angesät. Äh, gibt's Probleme? Ja, guck, guck, du, guck, du, das ist doch alles angesät, hier, das blüht gerade auf, oder sehe ich das jetzt? Ja, 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 ja. Na, geil, jetzt hab, ach mein Gott. Warum sah denn das so aus wie nicht? Ich muss, ich muss es nicht verstehen. Gut doch einfach mal ein bisschen. Achso, ja. Lass einfach mal kurz ein bisschen laufen, und guck mal. Ja, das ist alles schön, dann guck da einfach bei iiii. Ja, na, bei iiii, das ist ja... In alle Felder angeseht. Alle Felder im Wachstum. Nö. Das passt schon. Weil, weißt, vielleicht schatz einfach nur die Textur nochmal jetzt mit dem Update, aber die Frucht ist draufgeblieben. Ja, gut, das kann auch sein. Ja, John Wayne. Ups, da war ein Schild. Ja, das gibt es halt nur so wieder, wie ich es im Endeffekt auffasse. Naja, ja, aber, ja, ist in Ordnung. Und, ja, ansonsten, das gibt es sonst noch so in der großen, weiten YouTube-Welt. Ähm... Dagi Bee, Dagi Bee, Dagi Bee hat ein, äh, jaja, ähm, hat ein Video gemacht. Sie war sehr, sehr entzürnt, denn, ähm, ja, und zwar der Titel heißt, so, Dagi Bee, keine Zeit für Fans, und so, Dagi Bee hat Star-Allüren, und sowas. Und, ähm, ja, da ist sie ein bisschen drauf eingegangen, und zwar war sie ja bei der Clow, da... Achso, das hat jemand behauptet, das hatte ich sie gesagt, ne, jetzt muss ich dazu sagen. Achso, ja, das hat jemand, äh, also behauptet. Und, äh, sie war ja bei der Clow, das ist wohl so eine Beauty-Lifestyle-Messer in Berlin, keine Ahnung. Ja, 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 und da war sie halt, und, ähm, war halt so alles stressig hin und her und trittra trallala. Und da wollte sie halt der Presse, ne, sie hat sich dann so spontan entschieden, okay, wir machen diesmal nix Presse, sondern sie ist halt für ihre Fans da, macht da schön Fotos, und, und hier, ähm, greeting day, ne, wie hieß das, wenn du die hier, äh, wenn die Zuschauer dich treffen können, jetzt gehen Abo-Treff, sondern so, meet and greet, oder irgendwie so. Meet and greet, ja. Ja, ja, meet and greet, und sowas, und alles. Und dann hat, äh, die Presse, äh, geschrieben, beziehungsweise, um genau zu sein, sie hat's nicht erwähnt, aber man hat's dann gesehen, wo sie's eingeblendet hat, die Bild-Gesundheit. Danke. Er hat dann die Bild-Zeitung geschrieben, Teenies, da gibt es, ne, in, in dementsprechenden Allüren und alles, keine Zeit für die Fans, schon ist die wieder verschwunden und alles halt, ne, typisch Bild-Zeitung halt, da hat sie sich ein bisschen drüber aufgeregt, hat da sogar mal mit Beweisen unterlegt, hier eine Videoaufnahme, wie ich hier war, und hier selbst die Reporterin im Interview, das hat wohl irgendjemand noch so mitgeschnitten oder so, wie sie dann, wo die, äh, vor dem Interview, nach dem Interview über mich redet, nur weil ich der Bild-Zeitung, also in dem Falle der Presse, kein Interview gebe, dass die sich dann so auf mich stürzen, das ist so unfair und so frisch und kappt ihr so nach alle und das in 10 Minuten verpackt. Ganz kurz eine Frage, ähm, mussten wir für die, was war das da unten, Butterproduktion, mussten wir die Milch da erst weiterverarbeiten oder? Ne, einfach die Haarmilch so da hinten. Na, Haarmilch? Äh, die, äh, die, äh, Rohmilch, die, also einfach die, also die Rohmilch einfach darunter, ja? Ja, ja. Ja, 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 und das Ganze dann halt dementsprechende 10 Minuten verpackt war, auf jeden Fall, ist sehr, äh, ist sehr, sehr witzig, wie sie sich da drüber aufgeregt hat, ne, das ist halt, das ist halt, wenn du dich einfach auf die Bild-Zeitung einlässt, dann musst du halt mit sowas überrechnen, die loben dich gerne mal. Ja, aber, ja, ne, sie, äh, es war halt vom Zeitplan halt nicht, also so getaktet und dann hat sie ihr gesagt, sie will sich halt um die Fans kümmern und das fande dann wohl die Bild-Zeitung gar nicht so gut und hat dann einfach mal so eine Negativ-Story halt rausgemacht und da hat sie sich halt sehr drüber aufgeregt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich meine, sie war auch schon wegen vielen der Bild-Zeitung sehr, sehr positiv dargestellt. Das Problem ist noch, wenn man halt damit so korporiert, ist klar, also in der einen Seite lieben sie dich, aber wenn sie, wenn sie den dann irgendwie nicht mal passt, machen sie dich auch gerne mal, ne? Das ist halt Presse. Vor allen Dingen Bild-Zeitung, das ist so ein Abfuckverein, das ist so, ich weiß nicht, das ist so die Zeitung, da kriege ich Puzzlen, ey, wenn ich den Namen schon höre. Weißt du, das ist so übelst, keine Ahnung. Bild-Zeitung, ist wirklich schon eine Zeitung, da sollte, die sollte ihren Namen wirklich mehr zur Präsenz machen und zwar nur Bilder, kein Text. Das wäre cool. Einfach nur Bilder, kein Text. Das wäre, das wäre meine Welt bei der Bild-Zeitung. So, jetzt würde ich mal ganz kurz gucken. Bei besten Bilder von Seite 1. Also bei der Bild-Zeitung kannst du immer nur die erste und die letzte Seite anschauen, habe ich das Gefühl. Naja, die erste Seite ist plakativ und hinten drauf das Weib. Äh, die erste Seite. Das ist ja muschi. Da sind die Weibel drauf und hinten die Horoskope. Richtig. Ist auch immer beim Frühstück. Heute wird es Ihnen ein Geldregen verhauchen. Oh cool, auf Arbeit wirst du dann mit 10 Cent Minzen beschmissen. Ey, mein Geselle, damals in der Mahler-Ausbildung, hat die immer gekauft. Also hier steht aber Haarmilchannahme. Versuch's einfach. Also, letztens haben wir noch versucht. Da konnten wir die schwer verkaufen und nicht abgeben. Dann müssten wir das jetzt geändert haben. Hm. War der vielleicht hier? Du bist ja damit runtergefahren, weißt du noch? Und das ging ja einfach nicht. Mhm. Ah ja, hier kann ich sie abgeben, alles klar. Also, so wie es aussieht, nehmen sie wohl beides an. Okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube... Ich geb die mal ab jetzt, so scheiß drauf. Ähm, haben wir genug Kühe. Und dann haben wir noch oben Haarmilch. Und dann hole ich die eben nochmal und versuch die auch mal hier unten abzugeben, weil wir haben doch drei so eine Kanister da oben stehen. Hm. Und ich glaube, ich denke einfach, du kriegst ja hier Geld. Ähm, ich denke einfach, dass du dann mehr Geld bekommst. Oh. Hier ist ja auch eine Milchannahme. Was? Was? Das verstehe ich nicht. Könnt ihr mal kurz in den Dings kommen? In den, in den, äh, Fendt, äh, in den, äh, schon hier. Guck mal hier, ne? Milchannahmestelle. Null. Oh, Butterproduktion. Hier steht's sogar dran. Okay, alles klar. Ich hab natürlich jetzt die Milch hier vorne abgekippt. Hier. Und das ist wahrscheinlich einfach nur der Verkauf. Aber hey, wir haben 30.000 gekriegt dafür. Oder 25.000. Ja, besser wie, äh, wenn du es auf der Straße wieder geschätzt hättest. Eins mal. Na gut, in diesem Sinne, das nächste Mal, ich hab mal die, lol. Danke. Ja. Das Bild. Was war das grad? Keine Ahnung. Alter. Ja, gehen wir noch. Aber wie krass gerade. Das Bild sieht so hinter. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen's in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da, wenn's euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns halt in der nächsten Folge wieder. Hatte ich schon gesagt, ne? In dem Sinne, lasst das Däumchen, wenn's euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber nur, wenn's euch gefallen hat. Und ihr ein Däumchen da lasst. Also dann, bis zur nächsten Folge, ja. Tschüss. 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 Tschüss.